Willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Sims 4. Ja, mein Sim, ähm... ...ist ja in der letzten Folge... ...zum Essen da nach hinten gerannt. Was ich allerdings nicht verstehen kann, wieso er das tut. Ah, ha ha, Yanabe! Dinger! Kipoi Shtimbara! Abimoba Breezu! Luna! Gardeabalu! Mimlet Shinfla! Kithara Gorsoi! Huh? Süpta! Noi! Trash Popsel! Simantina! Kipoi Shtimbara! Hjeef! Shtimbara! Kipoi Shtimbara! Kipoi Shtimbara! Sie haben ja schon mal geschlafen. Jaaa... So, wir sind schon mal auf die Toilette und dann gehen wir schlafen hier. Alle Morgen früh jetzt zur Arbeit. Zum ersten Arbeitstag als Arztloss, ja. Habe irgendwie ein bisschen so kratzen, ne? Ja, jetzt geht's, oder wie? Jo, wir gehen mit unserem Sim zur Arbeit. Ist auch irgendwie schlecht gemacht, meiner Meinung nach, weil, äh, ja. Ja, weil, äh, gerade bei der Sache, die er gerade macht, plötzlich geht er weg, äh, ist weg, ja. Von dem her, na ja. Na ja. Zwei Kolleginnen größen. Oh, ho, Schäffle. Aha! Schalbo de Brogi. Oh, Lempima. Huh. So, so. Hä, ist doch schön, da sieht ein Onwall. Was ist das? Oh, Oblisch! Oh, Fleffy! Oh, Abelhorn! Rezarza, Mwesup! Rebanina! Oh, Suafa! Yavasa, Zatorp! Fwiss, Fwiss! Cardinal Moon! Elfris Yambara! Inar! Tevinay! Ah! Osquid Fikoya! Ooh, ooh! Pardon us, Dad! Ah! Radu Stanzo! Ah! Oh, Bero! Ha! Oh! Ah! Ah! Awesome move! Yeah! Ah! Big flip! Ha! Yeah! Ah! Oh! 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 Oh, ich brauche eine Arztin. Oh, oh. 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 Dandawallet. Oh, Danabe. American, good boy. Hahaha. 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 Oh. Oh. Uh huh. Is that for who? Oberon? Oh. 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 Die Rooker können ja momentan. Oh. 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 Dad. So go Whoops. Oh. Oh. rằng Oh. 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 So, nach Tachwagen, nach Tachwagen, nach Tachwagen. So, nach Tachwagen, nach Tachwagen. So, nach Tachwagen, nach Tachwagen, nach Tachwagen. So, nach Tachwagen, nach Tachwagen, nach Tachwagen. Macaroni im Kellner? Und warum muss ich eigentlich schon sagen? Ach so, ja, sieben so. Wobei, ich finde es echt gut, ne? Also, sieben bis fünf Uhr haben wir genug Zeit. So haben wir jetzt noch genug Zeit. Also, genug Zeit. Ich wollte sie gerade anrufen. Wo bleibt sie denn? Hm. Wie? 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 Hände ich hier irgendwo rum? Jetzt würde er mich dann erklären, warum sie hier nicht kommen können. Weil eigentlich, äh... Ich meine, hallo, die wollt hierher kommen und dann, äh... Können wir eigentlich auch mal am Zelt putzen und dann kommt sie nicht, dann kommt sie nicht, dann kommt sie nicht. Hm. Was soll's? Ich hab mir eine Kapsel ausgegaben. Eine Kapsel. Was haben wir da drin? Ach, schon wieder so eine dumme Figur. Ah ja, nur schlafen. Frau Summer kommt ja eh nicht. Was ich aber auch mies finde, ne? Sie ruft an und fragt, ob sie kommen kann. Ich sag ja klar, komm vorbei. Sie kommt nicht. Ich warte, ich warte, ich warte, sie kommt. Sie kommt nicht, sie kommt nicht. Ich warte, ich warte, sie kommt nicht. Ich warte, sie kommt nicht. Ich warte, wir haben eine Kapsel. Warte, ich warte, ich warte. Ja, ich warte, ich warte. Was ne Schatzkarte! Eine alte, abgenutzte Papierrolle mit kryptischem und schmutzbedeckten Zeichen sollte sich im Innotatern selbst im Feuer zu graben beginnen. Aha! Das heißt, das nächste Mal, wenn wir graben, könnten wir was Bisseres finden, oder wie? Es scheint, scheinbar das zu bedeuten. Naja. Naja. Haha. Ein kluger Polizist nimmt sich Zeit. Scheue dich nicht zu experimentieren. Jo. Polizisten? Wissenschaftler? Ja, wo bleibt die, äh... Getschen? Häh? Häh? Schabini, jabid Derp Zerbz, Arbenny Zahn, Villbberhe, Michelicum, Squaz, Nelson Häh? Oh, wasserfisch! Fertsaufisch! Ich bin ein Einatmen Ich werde Ich werde Sie 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 Ja, blaudert mir mein Wessler Haaah! ... Ich bleibe heute mal ein bisschen länger, ne? Bei Kollegen beschweren. Ich bin lieber auf dem Weg. Ich bin lieber auf dem Weg. Ich bin lieber auf dem Weg. Mit einem Patienten blauern. Ja dann blauern wir mal mit einem Patienten. Ah, ha ha ha. Ah, ha ha ha. Das war halt. Das war's und ich bin der Worte. Und ich bin der Worte. Ich bin der Worte. Ich bin der Worte. Oh 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 Neue Kleider Dr. Xaver Strahler Display Sebra Seine nächste Schicht Seine nächste Schicht beginnt am Mittwoch um 7 Uhr Und wir haben Soviel ich weiß Dienstreng Oh Ja ich glaube es steht stark Haha Ja es ist Dienstag Oh 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 Vempa Oh 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 Hey Level Oh 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 Ja. Okay, dann machen wir jetzt auch schnell diesen kleinen Arbeitstag hier fertig und dann war es auch schon mit meiner zweiten Folge von Let's Play Die Sims 4. Oh, ich habe einen Zanker, Muska Trieb. Oh, oh oh. Regime. Oh. Oh, das ist gut. Wir haben noch. Wir haben jetzt einen Zanker. Wir haben jetzt ein Zanker. Oh, oh oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Ha. Der ist schon wie ein Boss. Oh. Oh. Uh, Weiby. Oh, normal. Albo, Yorbs. Teebs, Rina. Seul. Ah, Seul Seul. Oh. Oh. Ah, BUT. MonaUM! Ah,dles. Soana, slash Switch. Soana, slashnie. Lassiernes- Blech problems. Ah okay. Kanchiki Fribobna Ulach Pistorne of Flames Hehehe 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 Simon? Yaza Hehehe Hehehe Nooo Hehehe 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 Oh Husk So, und suchen wir und suchen wir in den Ohren. Yep. Wir haben die Arbeit heute früher verlassen, weil wir ja jetzt die Let's Play Folge beenden müssen, weil die Zeit ja jetzt auch schon wieder vorbei ist. Und ich hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid, beim nächsten Let's Play von Sims 4 oder Black & White oder auch Minecraft. Also dann, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.